Pervers lecker das Ding. Der Street Food Dog. Ja, erstmal Night Show an, Kohle rein in Klappogesen und dann Kreuz drauf, Barbecue Kreuz und die dicke Paella Pfanne von Onkel Johnny drauf. Bacon anbraten, Rindfleisch klein schneiden und in der Mitte anbraten. Oh, das sieht gut aus. Jawohl, jetzt Steak Pfeffer drüber von Onkel Johnny und dann Lauchzwiebeln drauf, alles vermischen und zur Seite schieben zum Warmhalten. In der Mitte wieder anbrutzeln, die Hotdog Würstchen kurz anwärmen, zur Seite schieben, Pepperoni Salami brutzeln und danach den Zwiebeln in dem Saft rösten. Oh ja, und noch ein bisschen Cheese in der Mitte. So, legen wir mal den Dock, Würstchen rein, Fleisch drauf, Zwiebeln hinterher, so und hier den geschmolzenen Käse einfach oben drüber. Genau, dazu noch ein paar Salamis oben drauf, Knoblauchsoße hinterher und dann ab in den Hals. Ja, das schmeckt im Heumann. Ich baue mir auch noch einen fertig. Ah ja, cheesy overloaded, würde ich sagen. Bis bald!